Ich werde dich sehr vermissen. Mach bitte kein Drama draus. Wir sind nur zwei Autostunden voneinander entfärbt. Du hast mich im Nu vergessen. Nein, niemals. Meinst du, ich krieg das hin? Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, dass ich wieder arbeiten kann. Übertreib nicht so, Schatz. Schön, dass du an diese Schule gekommen bist. Sie ist die schönste in ganz Galicien. Sag mir nicht, du unterrichtest zum ersten Mal. Nein, nein, nein. Wirklich? Du machst so ein Gesicht? Was denken die vom Schulamt, sich eigentlich jemanden wie dich zu schicken? Die zerfleischen dich. Du wirst es sehen. Es ist nur so, du bist noch keine fünf Minuten hier und schon vermissen wir sie. Viserable Auftritt, finde ich. Ehrlich gesagt, finde ich das äußerst mutig von dir. Wieso? Es ist bestimmt nicht einfach, eine Lehrerin zu ersetzen, die Selbstmord begangen hat. Ihr könnt ruhig weiterreden, als wäre ich nicht da. Ich lass mich doch nicht von meinem Arbeitsplatz verjagen. Von niemandem. Mach bitte nicht denselben Fehler. Dann gibt es kein Zurück mehr. Ich habe Angst, dass... Dass ich wieder durchdrehe, oder was? Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Was machst du hier? Du bist auf der Lehrertoilette! Wenn du rausfindest, was hinter all dem steckt, verhinderst du vielleicht, dass du genauso endest. Todesdrohung? Hältst du für Quatsch? Das soll Quatsch sein? Du bist in einer Kleinstadt. Da kennt jeder jeden. Und alle schützen sich gegenseitig. Du bist wie besessen von einer Lehrerin, die du nie kennengelernt hast. Merkst du nicht, was sie mit uns macht? Entscheidend ist, dass ich weiß, wer dahintersteht, wer der Drahtzieher ist. Hiroka! Sterben ist eine Kunst. Wie alles. Ich bin darin außergewöhnlich gut. Seid gegrüßt, liebe Serien-Junkies. Langsam wird es verdammt kalt draußen. Und was könnte es in dieser Jahreszeit besseres geben, als im warmen Wohnzimmer gemütlich auf der Couch zu chillen und sich eine neue Serie zu gönnen? Und wenn diese dann sogar auch noch auf einem erfolgreichen Bestseller basiert aus Spanien kommt und exklusiv für Netflix produziert wurde, was kann da denn bitte noch schief gehen? Schließlich ist Spanien der europäische Hotspot für weltweit erfolgreiche Netflix-Produktionen wie Haus des Geldes, Elite oder der Schacht. Ja, und seit gestern ist diese Liste nun um einen weiteren Titel reicher, genauer gesagt um eine achtteilige Thriller-Serie mit dem bedrohlichen Titel Deine Letzte Stunde. Die Serie handelt dabei von einer jungen Vertretungslehrerin, die in dem trostlosen Heimatort ihres Mannes einen Neuanfang wagt. Und als wäre Rakel aufgrund ihrer langen Abstinenz von der Lehrertätigkeit an ihrem ersten Arbeitstag nicht schon nervös genug, stellt sich dann auch noch zu einem Überfluss heraus, ja, dass sich ihre Vorgängerin unter mysteriösen Umständen umgebracht hat. Das alleine ist natürlich schon extrem schockierend. Aber hinzu kommt, dass Elvira nicht nur hübsch und erfolgreich war, sondern eigentlich sowohl unter ihren Schülern als auch bei ihren Kollegen extrem beliebt war. Doch diese heile Fassade ist dann tatsächlich auch nur eine Version der Geschichte, denn Rakel erfährt ziemlich schnell, dass der Ex-Mann der Toten ihre Schüler für all das verantwortlich macht. Denn die sollen ihre Lehrerinnen so lange psychisch terrorisiert haben, bis diese vor lauter Verzweiflung keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als sich das Leben zu nehmen. Nachweisen konnte man den testosterongesteuerten Halbstarken bisher zwar nichts, aber Rakel bekommt ziemlich schnell zu spüren, dass an dem Verdacht gegen ihre neuen Schützlinge tatsächlich etwas dran sein könnte. Denn vom ersten Tag an scheinen die Schüler mit ihr das gleiche perfide Spiel zu wiederholen wie mit ihrer Vorgängerin. Auf erste Drohungen folgen daraufhin handfeste Erpressung, bis Rakel schlussendlich mit dem Nerven am Ende ist. Ob Rakel ist letzten Endes erfolgreich, schafft sich gegen ihre Peiniger zur Wehr zu setzen oder sie genauso tragisch endet wie ihre Vorgängerin, das verrate ich euch an dieser Stelle natürlich noch nicht. Es ist ein düsterer Mix aus packenden Crime-Thriller kombiniert mit einem erschreckend realistischen Setting eines von hoher Arbeitslosigkeit gebeutelten Landes und einer präse Coming-of-Age-Psychologie. Ein extrem großer Pluspunkt dabei, die Serie schafft es tatsächlich die Spannung bis zur letzten Folge aufrecht zu erhalten und das, obwohl man als Zuschauer eigentlich extrem oft zwischendurch das Gefühl hat, dass man jetzt alles und jeden durchschaut hat. Aber immer wenn man genau das denkt, kommt die Serie mit einer genialen Wendung um die Ecke und schmeißt alles wieder über den Haufen. Aber natürlich ist eine Geschichte nur so gut wie ihre Darsteller und die liefern hier durch die Bank eine solide Vorstellung ab. Allen voran tatsächlich der deutsch-spanische Schauspieler Aaron Piper. Überraschend ist das natürlich definitiv nicht, denn mit der Darstellung von intriganten und gewissenlosen Schülern kennt er sich ja bekanntermaßen bereits ziemlich gut aus. Denn in seiner Paraderolle des Ander in der ebenfalls von Netflix produzierten Hit-Serie Elite avancierte er ja quasi über Nacht zu einem international gefeierten Nachwuchs-Star, dem jetzt inzwischen allein auf Instagram unglaubliche 12,8 Millionen Menschen folgen. Und wenn alles klappt, werden wir tatsächlich mit Aaron auch noch ein Interview führen können in der nächsten Zeit. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die neue Serie findet und natürlich auch, ob ihr euch über ein Interview mit Aaron freuen würdet. In diesem Sinne, bleibt gesund und möge der Stream mit euch sein. Bis bald! Bis bald!